Hallo, Schimmi. Machst du mal zwei Bier? Ein Bier und ein Kribbelwasser. Und zwei Ufo-Sierben. Hast du deine Kritiken schon gelesen? Nee, wieso? Diese Kritiken? Hier. Erstaunlich, dass die meinen Namen überhaupt richtig schreiben können. Kommissar Schimanski, Tag noch im Dunkeln. Tag noch im Dunkeln. Du weißt doch genau, was du im Dunkeln zu tun hast, oder? Das ist mal ein schönes Foto von dir hier. Wer hat den Schmierfinken eigentlich erzählt, dass das Kind aus Asien ist? Der Infektionsherd muss schnellstens isoliert werden, da Typhus immer noch zu den Gefäßen und Seugranken dieser Welt gehört. Aufgrund der langen Ansteckungszeit kann Typhus zu einer großen Gefahr für unsere Volksgesundheit werden. Was tut die Polizei? Bericht unserer Spezialreporterin. Das ist die doch, die... Ja, ja, scheiß Tante. Scheiß Tante? Ihr habt doch recht. Was tut denn hier eigentlich? Na, die Theke steht. Aber wenn man mal falsch parkt. Na, die ganz fix. Wer pisst uns da eigentlich ans Beinhaus? Mischen Sie sich doch bitte nicht ein. Ob ich mich einmische. Nee, es geht nämlich um unsere Gesundheit. Ja, okay. Komm, sei friedlich, trink ein Bier mit mir. Was, ich soll das dein Glas trinken? Will mir doch nicht verseuchen. Genau, die Seuchen. Die schleppen die Kanacken hier rein. Abgeschoben gehören die. Meine Frau hat so ihr Angst vor den Kanacken. Die haut sich abends schon nicht mehr auf die Straße. Umso besser. Auf den Strich hin ist verboten. Ohne grüne Karte. Hier poliere ich die Presse! Sie polieren hier gar nichts. Was? Was ist die Mutter? Was ist die Mutter? Was ist die Mutter? Du bist doch viel kleiner als du. Du bist ja vor Gott verlassen. Das ist doch Blut, oder? Du Scheiße. Sieht aber nicht gut aus, du. Hier, tut das weh? Ah. Hörst du dich mal richtig sein, du? Hey, komm, komm, hör auf, hör auf, du!